Der Sicherheits-Podcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Sicherheits-Podcast. Liebe Podcast-Zuhörer, liebe YouTube-Zuschauer, heute bei uns zu Gast der liebe Martin Haunschmidt, seines Zeichens Hacker und Tech-Blogger. Lieber Martin, du hast uns ja vorher schon ein bisschen außerhalb des Podcasts noch einige Sachen von dir erzählt. Beginnen wir vielleicht gleich einmal mit deiner Story. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Eigentlich als Opfer. Ich habe eine Web-Development-Bude und wir haben vor mehreren Jahren eine Webseite installiert bei unserem Test-Server. Und vier Tage später war die gehackt. Wir waren beim Hoster gesperrt und die haben gesagt, fix das, sonst werde ich hier lebenslang gesperrt. Und das war so meine erste Erfahrung mit der IT-Sicherheit. Ziemlich unkündige Sachen. Wir sind dann relativ schnell drauf gekommen, woran es gelegen hat. Das ist ein Fehler, den ich öffentlich in den Social Media lieber nicht preisgeben möchte. Er war einfach mein erster Mitarbeiter und ein Passwort hat es ins Internet geschafft, das nicht ins Internet sollte, sagen wir es so. Okay. Aber schlussendlich ist es ja so, das passiert ja sogar den besten oder auch den größten Firmen, wie du vielleicht an ein paar Beispielen sicher noch erzählen kannst. Genau, also da ist niemand davor gefeit. Auch nicht wir als ganz kleines Unternehmen, das gerade mal frisch ein paar Webseiten ins Internet gestellt hat. Und was dann aber passiert ist, ich habe mir angeschaut, wie sind die in die Webseite reingekommen und was wollten die damit tun. Und das war so ein Rabbit Hole, ein Ausflug in die Matrix. Das war, ich habe sechs Stunden nichts gegessen, nichts trunken, ich bin nicht aufgestanden. Plötzlich war es finster draußen und ich habe versucht nachzuvollziehen, wie die reingekommen sind, was sie für Dateien verändert haben, wie sie es versucht haben, irgendwie Antivirenprogrammen zu entgehen und so weiter und so fort. Du hast da komplett reingenördert quasi. Das war, ich habe so ein Scheiter, wenn sie da umlegt, dann höre ich nicht auf, bis das die Recherche voll händelt ist. Dann ist Tunnelblick. Ja, genau. Dann hat es aber nach, nachdem das alles irgendwie gefixt wurde, die Situation, hat es dann trotzdem noch ein paar Monate gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich ja eigentlich selbstständig bin und alles tun kann, was ich will als Business. Und seitdem sauge ich alles auf, was irgendwie im Thema IT-Security ist. Und ich mache derzeit meine Zertifizierung zum OSCP, das ist eine Zertifizierung aus den USA, wo man einfach in ein Netzwerk reingeschmissen wird und alles hacken darf, das dort ist. Also ohne irgendwie Angst zu haben, dass da rechtliche Folgen auf einen zukommen, einfach nur um zu lernen. Das machen ja, glaube ich, auch nicht so viele oder dürfen auch nicht so viele machen. Wie meinst du? Es gibt nicht so viele Leute, die das auch anbieten, weil ich glaube, das wird ja dann auch ein Service von dir. Das stimmt, ja. Oder ist schon ein Service zum Teil. Genau. Wie lange ist es jetzt her, seitdem du begonnen hast, dich mit der ganzen Hacker-Thematik auseinanderzusetzen? Wirklich aktiv angefangen habe ich, jede freie Minute zu investieren, Mitte 2018. Ja. Okay. Und das heißt, du bist dann quasi aus der Opferrolle heraus, hast du dir quasi so einen neuen Business-Zweig ja mittlerweile aufgebaut. Was ist das so dein täglich Brot oder was hast du da für so Projekte oder ich weiß es ja, unsere Zuhörer oder Zuschauer wissen es vielleicht noch nicht. Du hast ja einen ziemlich geilen Channel, den du pflegst auf Instagram und LinkedIn mit den Hacks der Woche. Was waren so die aktuellen Hacks der letzten Woche oder dieser Woche? Ja, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von diesem Podcast ist die Folge schon draußen. Hat zwar jetzt nichts mit der IT-Sicherheit von unseren KMUs in Österreich oder so zu tun, aber es ist tatsächlich ein nigerianischer Prinz gefasst worden. Also er war nicht wirklich Prinz, aber ein Nigerianer, der mit Cybercrime sein Geld verdient hat und einen Instagram-Account gestartet hat. 2,5 Millionen Follower, wo er mit Rolls-Royce und Bentleys gepostet hat und sich als Immobilienentwickler ausgegeben hat. Über die Telefonnummer in seinem Instagram-Profil und Facebook sind sie dann drauf gekommen, dass die Telefonnummer mit Geldwäsche zu tun hatte. Und so ist der jetzt aufgeflogen. Wahnsinn. Das sind einfach diese absurden Storys aus dem Internet, die mich so faszinieren. Da gibt es diese Ebene unter unserem normalen Leben sozusagen. Die Ebene der Cybercrime, der Betrugsversuche im Internet und das hat so eine Faszination auf mich. Wer oft glaubt, es gibt es gar nicht, aber es gibt es doch. Was war so der letzte große Business-Hack von wirklich einem größeren Unternehmen, von dem du uns ein bisschen berichten kannst? Das Jahr 2020 ist generell schon gut dabei. Das hat angefangen mit dem Außenministerium bei uns in Österreich. Ist dann weitergegangen und zuletzt war es eigentlich die A1, wo da ein Angreifer seit November 2018 im System war und der dann eigentlich im März durch eine koordinierte Aktion rausgekickt werden hätte sollen. Dann ist Corona gekommen, was die Koordination noch einmal schwieriger gemacht hat und laut den Stellen bei A1 eben ist es dann jetzt vor zwei, drei Wochen im Juni dann gelungen. Okay, das heißt, der hat sich einfach über mehr oder weniger eineinhalb Jahre oder so schon strategisch platziert in deren Server und Infrastrukturen. Sorry, 2019. Oder 2019, okay. Mehrere Monate. Okay, mehrere Monate. Und passiert das zum Beispiel öfter, dass sich quasi die Hacker schon wirklich jetzt nicht nur, also ich als Nicht-Hacker, stellt mir das ja so vor, okay, ich entscheide mich für ein Ziel und hack das jetzt einfach. Sondern da gehört ja in Wahrheit auch, so wie ich es jetzt wahrnehme, schon viel Vorbereitung auch mitunter dazu, dass man sich dort strategisch schon platziert an bestimmten Stellen und quasi seine eigene Infrastruktur dann im Netzwerk, das, wie sagt man, der Opfer aufbaut. So ist es, ja. Also die, ich war da leider natürlich nicht dabei bei der Defense, wäre geil gewesen. Aber, wie soll ich sagen, diese Angreifer versuchen unter dem Radar zu bleiben, weil natürlich hat ein Unternehmen wie die A1 dementsprechende Programme, die versuchen rauszufiltern, was ist schadhaft, was ist nicht, was ist normales Userverhalten, was ist es nicht. Und dementsprechend, vor allem bei diesen High-Profile-Hacks, lassen sich die Leute wirklich viel Zeit, um mal zu schauen, was ist da überhaupt, was könnte ein Ziel sein für mich und wie kann ich am besten irgendwie untertauchen. Das ist jetzt ein komplett anderes Verhalten, als man meistens bei kleineren Unternehmen sieht. Wir betreuen im Web-Development-Unternehmen ca. 35 Webseiten, da kriege ich täglich eine E-Mail, dass wieder mal Angriffe stattfinden auf einer dieser Webseiten. Und das ist wurscht, ob das jetzt irgendwie eine Hunde-Webseite ist oder ein Online-Shop. Das ist einfach so ein Hintergrundrauschen, so ein Numbers-Game. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, du installierst dann schon die nötige Software, um deine Kunden, die du eben hast, von solchen Angriffen zu schützen oder dass du solche Angriffe detektieren kannst. Das war jetzt konkret auf Webseiten bezogen, aber ja, genau. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man relativ leicht eigentlich in einem kleineren Unternehmen auch durchführen kann, um das Ganze einfach um einiges sicherer zu gestalten. Und da sind wir ja schon beim nächsten Punkt, ein bisschen in Richtung, was du eben den Unternehmen auch dann anbietest. Und du hast ja auch so ein richtig cooles Bootcamp und ich finde vor allem den Namen richtig geil mit Hack-Me-Net. Also Hack-Mich-Nicht. Hack-Me.net. Wirklich cooler Name. Und da bringst du ja, glaube ich, den Leuten oder den Unternehmen auch bei, wie sie sich schützen können. Oder du schaffst Awareness. Genau, also die, erstens der Name ist leider nicht von mir, Gruß an die Lima, danke. Und zweitens, genau so ist es. Es gibt, im Programmieren gibt es das sogenannte Threat Modeling und das habe ich versucht umzulegen auf Unternehmen. Was heißt das? Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Risikoanalyse. Und das passiert in zwei bis drei Schritten. Der erste ist, wir zeichnen eine Landkarte vom Unternehmen. Das kann man sich so vorstellen, der File-Server, Mail-Server, zeichnen wir schematisch auf. Wir haben ein paar Pfeile dazwischen und gibt es Rechner, die außerhalb vom Netzwerk sind. Homeoffice zum Beispiel das Thema. Ein größeres Thema. Ein größeres Thema inzwischen, ja. Und dann haben wir so eine schematische Darstellung vom Unternehmen. Da sind nicht einmal technische Vorkenntnisse nötig. Also ich habe das auch schon nur mit der Geschäftsführung durchgeführt. Da geht es einfach nur darum, welche Dienste verwendet ihr. Und wenn wirklich was weitere technische Infos braucht, dann vermerken wir das als Fragenkatalog. Und im zweiten Schritt gehen wir so eine Checkliste durch von so 30 der üblichen tiefhängenden Früchte, wo man was sicherer machen kann. Okay, alles klar. Das ist sehr interessant. Das ist ja quasi, also wir machen ja das Pontau mit unseren Sicherheitsanalysen und evaluieren dann ja zum Beispiel am Gebäude. Wo kommst du leicht rein, wo kommst du nicht leicht rein, wo sind die Sollbruchstellen sozusagen. Sozusagen, ja. Sehr interessant. Lieber Martin, ich glaube, du bist auch noch auf martinhauenschmidt.com dann vertreten. Wie erreicht man dich sonst, wenn man jetzt Fragen an dich hat, mit dir in Kontakt treten will? Überall. Überall. Zu TikTok kannst du gleich auch noch ein paar Worte sagen, oder? Ja, wenn wir noch Zeit haben, gerne. Aber prinzipiell bevorzugt auf LinkedIn, per E-Mail. Twitter sind so meine Hauptkanäle. Instagram teile ich auch alles, was ich so mache. Also eigentlich eh überall vertreten. Und wenn man Martin Haunschmidt googelt, dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei Seiten. Und meine Kontrolle bin nur ich. Ausgezeichnet. Insofern kann man da draufklicken, wo man will und man wird mich irgendwie finden. Okay, mega cool. Martin, hast du noch einen Top-Hack oder eigentlich nicht Top-Hack, sondern einen Top-Trick, wie ich mich als User oder wie sich unsere Zuseher und Zuhörer auf ihrem Laptop schützen können? Wo du sagst, das ist das eine Ding, was dir am meisten bringt. Ich glaube, das Thema Passwörter ist ein riesiges. Und ohne jetzt irgendwie Anforderungen runterbeten zu wollen. Es gibt inzwischen Tools, sogenannte Passwort-Manager. Die kann man richtig, richtig gut in den Alltag integrieren. Und ich habe nicht zurückgeblickt, seit ich da gewechselt habe. Mit dem schafft man es. Man hat ein Master-Passwort und man kommt dann sozusagen in seinen Tresor und dort sind alle anderen Passwörter drinnen. Das heißt, man muss sich ein sicheres Passwort merken und alle anderen sind dann da drinnen. Verwende ich auch seit Jahren und auch im Unternehmen verwende man das. Genau, es ist in Wirklichkeit Gold wert und spart so viel Zeit noch dazu. Es ist einfach immer noch schon besser als die Excel-Liste, weil man Passwörter teilen kann, in Ordner gruppieren. Und sich auch sicher teilen kann, ohne dass man irgendwie mit einem Post-it am Laptop herum hantieren muss. Also das ist, glaube ich, einer der größten Hebel, die man heutzutage für die persönliche Sicherheit machen kann. Und dann in weiterer Folge überall ein individuelles Passwort verwenden. Es ist inzwischen so, dass sehr, sehr viele Plattformen einfach gehackt worden sind und die Nutzerdaten im Internet herumschwirren. Ich mache das inzwischen regelmäßig, wenn ich neue Kunden habe oder Vorträge. Ich suche die Personen in solchen Datenleaks. Und ich habe schon Leute gehabt, deren Passwörter hätte ich in der Präsentation denen sagen können, weil die da irgendwo enthalten waren. Also hier vielleicht noch an die Zuschauer auf Have I Been Pawned. Können wir vielleicht dann einblenden oder irgendwo vermerken. Das ist eine Plattform von einem... In Show Notes werden wir das zeigen. Genau. Das ist eine Plattform von einem australischen Sicherheitsforscher, der sozusagen alle diese gehackten Leaks zusammensammelt. Und dort kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und man erfährt dann, in welchen Leaks man drinnen ist. Bei mir sind es über alle E-Mail-Adressen, die ich besitze, bin ich in 13 Leaks vorhanden. Wow. Teilweise mit meinen Passwörtern, die ich damals hatte. Okay. Und wenn man irgendwo ein Passwort wiederverwendet, dann fällt einem das irgendwann auf den Kopf. Krass. Das heißt, immer neue Passwörter. Okay. Ja, da bin ich schon gespannt. Da werde ich doch selbst mal auf der Plattform mich schlau machen, wo ich da nicht überall schon drin bin, welche Passwörter für mir da schon öffentlich sind. Well, lieber Martin Haunschmidt, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.